Hallihallo, Hallöchen liebe Leute. Willkommen bei der weiteren Aufnahme von Outlast. Mit mir beim Lassack. So, wir sind ja vom, oh Gott, vor den beiden Knüppelmännern entkommen. Die können sich jetzt gerne einen zurechtknüppeln. Wie ist du auf? Nein. Ach, Lassack, wenn unten nicht steht wird, dass die Tür so leicht aufgeht, dann muss auch nichts. Wir haben ihn bei einer Chance gegeben. Das sind die Brüder! Was? 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 Irgendwas? Seid ihr verrückt? Natürlich sind die verrückt, Lassack. Die sind immer nur nackig, oder? Ja. Okay, da sind... Müssen wir hier runter? Ich will aber nach links und nicht nach rechts zu denen. Ich will nicht... Oah! Wie die ziehen mich jetzt raus und fressen meine Leber und meine Zunge. Per Zungenkreis oder so? Perversen. Sind die da? Sind weg? Uh, 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 uh. Ne, hier geh ich noch nicht. Wollen wir, gucken, ob ich weitergehen kann. Das lässt mich nicht... Ah, da sind doch die Typen! ja ich habe schon kapiert ist da wer aber der ist tot so können wir drüber was hier was machen dokumenter ja ich würde wieder drücken hat auch nicht gesagt seit schluss auf mich das war ich wieder kurz genug um es durchzulesen aber ich stehe gerade ein bisschen unter stress panik so wie er nennen wollte der typ haut immer noch sein kopf zu match das soll damit aufhören naja du kannst auch nicht laufen das hakt aber gerade gucken hier okay der ist nur tot tote tun in dem spiel nichts lassen diese situation schlüsselkarte erforderlich das war hier lange am ende geht das hier dann zu wir kommen nicht mehr raus das ist die killer also die die uns verfolgen dann auch sehen können soll ich eine reichern oder solche ich knall aber jetzt einfach einer wieder rein können wir jetzt besser sehen ja dass wir die badrin leer ist könnt ihr das ding noch nutzen aber das ding hat den kopf abgerissen hier sind nicht alle miteinander freundlich totale sicherheit was ich kann chris walker den großen kerl der so gerne die köpfe von leuten abreißt einfach nicht abschütteln ja ich höre ständig sein gekrummelt über was sicherheitsprotokolle und eindämmung was ist wenn ich wenn nicht er das problem ist was ist wenn er versucht es zu lösen junge wenn die dich kriegen kommst du aus meine wanne mit säure da bist du ein gelöstes problem für dich da wird der eine bruder nicht glücklich der unsere sachen ist mit warum hakt das auf einmal so das sicherheitskarte gott das spiel das ist seltsam musik noch was ja 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 rennsack 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 was sind die jetzt hallo möchtest du mir was probieren alles klar mich aber umgang probieren ansatz glaube ich wahrscheinlich vorwenden so schlau wie ich mich einschätze mastercard wurde akzeptiert hallo weg was ist hier drin was was oh neue 10 kommen wir durch zu duschen ahhh wenigstens nicht wieder in den keller das radio muss man mitnehmen um die ganzen leutchen hier abzulegen so durch die brunenluke da können wir entkommen so wie es aussieht was ich habe es gesehen beides was was ok weiter ok weiter ok jetzt kommen wir weiter oh god noch habe ich mich nicht wirklich erschrocken glaube ich seid ihr jetzt weg das sagt nicht stehen bleiben jedenfalls nicht unbedingt ich will weiter gehen wieso kann ich so gut im dunkeln sehen leuchtet hier irgendwas nein ich sehe nichts leuchten und der ich weiß es jetzt nicht ich will es auch nicht rausfinden so nein aber auch nichts er hat sich schnell aufgemacht ich habe nicht gedrückt gehalten was ist das hier ok da kommen wir zu irgendeinem Flur ich will nochmal hier kurz weiter gucken auch leute mir geht die pumpe oder war das der gang wo man sich angehackelt haben kann sein das können wir öffnen das hier wäre der nicht mehr so ganz frisch ist ha ha halt jetzt kommt mir das mal drücke linke maustaste wollte ich das das sieht mir wieder so richtig aus ich gehe jetzt nochmal kurz den anderen weg da war es dunkel und fürchterlich und da kann ich den schalter drücken ich weiß aber noch nicht ob ich das möchte also ich werde es noch tun aber aber was war hier jetzt in diesen raum ok treppengeländer das sieht so mies aus ich glaube das war für längere Handlung dass ich richtig einstuhlen kann ja den habe ich jetzt gebracht Dokumente zack alles überhört ok hier irgendwas das leuchtet doch nichts also ab durch die Mitte boah ist der hässig der sieht aus wie ein Fisch guckt mal wie der guckt wie Kamelion ich bin müsste Kamelion mit der dicken Kartoffelnase hüse durch so ich habe die Dokumente bitte bringt mich nicht um ja ja bin ich hergekommen bitte steht niemand um die Ecke ja bin ich da hergekommen oder habe ich jetzt Kappes ne da bin ich hergekommen gut Bildschäume gleich achten Bildschäume von wegen da ist der Dicke wow was 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 wow was zum gehst du auf nein ah nein wo geht es denn lang ist der hässlich ist der hässlich ist der hässlich der hat doch den Kopf abgerissen ja aber wie denn wo denn was denn wenn das Fenster einschlagen nein ich kriege mal nicht auf dich ich kriege auch nicht auf wir müssen da doch durch oder aber wieso ist er nicht oh der ist sauer so ein sauer wir kommen da nicht lang hä ich sehe gerade keine Möglichkeit auch das wird so eine Failrunde blöden ja 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 soll man hier vielleicht irgendwas drücken oder so nein nein ich hab hier irgendwas drücken nein ich sehe jetzt AAAAAA AAAAA AAAAA huh huh oh zum glück ist er fett ja wir sind nicht tot aber diese tut ob man sagen kann dass wir vielleicht gelandet sind weiß ich nicht noch ein bisschen spitz sein und wehtut was sie finden das soll ich weg der sie wahrscheinlich da um begegnet der liebt es wahrscheinlich irgendwelche den kopf abzureißen das für den hobby ist eine beschäftigung ein robert vogelhäuser erreicht den leuten den kopf haben wir irgendwas drin was wir brauchen können weil das so weiter sehen können mit der taschen taschenlampe ja wohl da kamera ist eigentlich schon ganz gut ich geh jetzt das ist der dicke sagen wir können jetzt die räume alle an einer ecke da kommt doch gleich hier vorbei du kannst 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 es einfach nicht das hier durch die bohnenluke entkommen oder können wir können hier oben lang ist offen können wir drüber wahrscheinlich falls er uns verfolgt ich jetzt einfach stupide hier vorne dem weg lang egal ob das richtig oder falsch ist ich bin kein kleines speichern nicht dass der uns irgendwie klingt so nahe der muss da unten sein gerade nur im kreis aber nicht ich was du bist du kommst hier nicht lang ich habe recht wie konnte der uns jetzt sehen jetzt runter können wir auf jeden fall schau aus duschen wir sollten doch aus den stutschen rollen ja da kann man nicht rein ooooh bist du halt zu ich wollte gerade sagen den hat auch wieder in den körper abgerissen aber der war noch dran auch wenn er nur ein bisschen geknickt war also nicht der typ war nur geknickt sondern auch der kopf oh Gott das ist voll schrecklich warte dass was ist das wär luke luke man bist du noch da bitte in seiner hand okay ich glaube der tut uns nicht wirklich was da gehe ich noch nicht da war die dicke auf bitte sagt mir nicht ich musste nicht irgendwo ein loch oder so ist schon einer der ja was siehst du noch etwas kampf aus wenn ihr wisst was ich meine ja die typen und die gehen hier auf und ab wie tiere er kann uns auch nichts tun der mag ich hier was von mir ist auch ein klo ich fass da rein du wärst uns jetzt nicht den weg oder ich bin ja okay ich hab's begriff hier noch irgendwo was nein ob war krankenschwester du bleibst da wo nein bleibt da nicht zum glück sind die alle verrückt was auch wenn das nett war ich möchte kein von euch zu nah für bei mir einfach nur bitte greife ich nicht von hinten springt ich wollte schon sagen habe jetzt da nicht eine lampe fallen da liegen dokumente ach der lebt noch der hat nur auf boden geblutet den geht es ansonsten gut die notiz macht ja glaube ich selber ich habe da kann drauf um weiter oder die tour bei dem dran was passiert wenn wir jetzt hier die tür ist gesperrt wir müssen noch ja ja ich gucke auch die ganze zeit in toiletten nach was stecken will ich bin ich was soll das wenn er sie geht das auch wieder weg ja man hat ja uns eine mitgegeben spinnt der ja gut was ich mir mal fragen natürlich spinnen die auch hier nochmal versuch vielleicht kommt wer da irgendwie du lässt es aber sein ich bin nicht ganz lieber vielleicht können wir da doch irgendwie rüber ja ich glaube wir müssen die letzte gedrückt ist ja jetzt immer noch da oben oh wir können hier lang diese spiele einen mitgegeben nein 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 so nicht mein freund so nicht was können wir jetzt hier ich verstehe es nicht der hat angst das ist gut so ja oder weniger gut ja es ist gut dass er angst hat und uns keine machen möchte gut gespeichert leute ich bedanke mich fürs zusehen und wir sehen uns in der nächsten auf den hau von aut lasse ich mir um das sei bis dahin tschau